Das Spiel ist wichtig, dass ihr einen Break nach dem Spiel weiterentwickelt habt? Ich glaube, dass dieser Break auf einen Zeitpunkt kommt, weil es uns jetzt als Roster sieht. Wir können den Break nutzen, aber wir haben viel Arbeit, um hier zu beachten. Wir fokussieren auf das Spiel. Man will sich erst mal auf das heutige Spiel konzentrieren, ist aber sehr, sehr froh, dass es die Pause gibt. Es gibt viele Verletzte, Champions League dazwischen und so weiter. Man hat also sehr, sehr viel spielen müssen, hat Verletzte und teilweise mit drei Reihen spielen müssen. Von daher ist die Pause jetzt gerade genau richtig. Obviamente Straubing ist ein sehr starkes Team. Wie geht ihr das? Die Nummer 1 für uns ist zu starten mit dem Zeitpunkt. Wir können nicht weiterentwickeln, die wir uns nicht ausmachen können. Ich denke, das ist die Nummer 1 für uns. Wenn wir uns über den Kursen sind, unsere Starten nicht gut sind. Wir gehen ein paar Ziele an. Es ist ein Uphill-Battel von dort. Und jetzt ist es, wie viele Punkte sind in unserem Puzzle. Es wird es schwerer und schwer zu starten. Der Hauptfokus ist zu starten mit dem Zeitpunkt. Wir haben einen guten Start hier. Wir geben uns die Möglichkeit, von dort zu werden zu werden. Also die ganze Saison war es so, dass man eigentlich immer schlecht in die Spiele gestartet ist. Nicht genug Power aufs Eis bekommen hat. Und das ist was, das will man abstellen. Und man muss heute ganz dringend gut starten und nicht gleich dann hinten liegen. Und dann wird es immer schwierig, das aufzuholen. Also das ist dann immer extra schwer nochmal dann von da zu kommen. Also ganz wichtig heute dann einfach reinzukommen, um sich nicht selbst dann unter Druck zu setzen. Und wie ist dein Röster? Ich meine, die Leute haben ein paar Injuries. Key Spieler sind die Injuries. Was ist für heute? Ist jemand wieder zurück? Nein, nein. Wir werden nicht jemanden zurück hier heute. Und wir werden nicht wirklich jemanden zurück. Any time soon, unfortunately. So, wir haben was wir haben. Und wir werden die Besten aus. Es ist Zeit für die Leute zu stecken. Wir müssen uns selbst in den Augen schauen. Und wir müssen hier etwas besseres Hockey spielen. Es ist sehr spannend, wie das Team heute reagiert. Auf die letzten Spiele. Dass man einfach sagen muss, manche Jungs müssen einfach noch eine Schippe drauflegen. Und einfach mehr Verantwortung auch noch übernehmen in dieser Zeit. Es ist halt nun mal so, es wird kein Spieler zurückkommen momentan. Es bleibt sehr, sehr dünn im Kader. Von daher erwartet er viel von den Spielern, von seinen Spielern. Dass sich jeder in den Spiegel anschauen kann und sagen kann, Mensch, ich habe alles gegeben. Have a great game. You too. You too.